Mein Name ist Susanne Dinkelbock, ich komme aus Berlin. Ich bin dort Lehrerin am Candisius-Kolleg, einem grundständigen Gymnasium in Trägerschaft des Jesuitenordens. Ich bin dort auch stellvertretende Schulleiterin und im Bereich dessen auch verantwortlich dafür, was mit der Digitalisierung an unserer Schule vorangeht. Wir haben eine Projektstelle, die verteilt ist auf insgesamt sechs Leute. Da geht es um die Entwicklung der Persönlichkeitsbildung im Rahmen, im Zusammenhang mit Digitalisierung. Wir wollen darauf achten, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur lernen, mit der Digitalisierung umzugehen, sondern auch darüber reflektieren, wie verändert das sie selbst, wie verändert das das Leben miteinander, worauf müssen sie achten, wenn sie in sozialen Netzwerken kommunizieren.